Dankeschön So, ähm Holz So Obwohl, ich nenne den Rucksack mal Bau-Rucksack Du hast noch ne Menge in den Hoppern Ja, sicher Chests Voll viele Chestsen Unten im Hopper, ne? Das sind Pilze, du meintest doch, du brauchst doch Pilze Das ist viel später Ja, ja, ich sag's ja nur Ja, die hab ich schon gesehen Sind die Echter voll die Dinger? What the fuck Ja, da ist noch so viel Müll dazwischen, ne? Mhm Ja, ich hab halt eines reingeschmissen Einer, das ist ja Eine Kiste ist ja noch Das ist leer wieder Mhm Oh, deswegen sieht der die Na gut, wenn der Instant da oben die ganzen Kisten ist Und alles da unten kommt, dann ist die auch voll Ein Zombie Ja, das stimmt Mhm Das ist ja natürlich auch da nicht ganz geil Deswegen lassen wir ja erstmal da oben die Kisten Da sind ja nicht mehr viele, man kann sie ja höchstens nur noch zusammenpacken Mhm Ja, aber auch erstmal nicht, sonst hast du da unten ja einen Müllhaufen Ist ja wie mit dem Essen Du musst es ja rauskriegen eigentlich Ja Muss eigentlich ein separates komplettes Lager haben mit dem ganzen Essen Eigentlich schon, ja Ja Ähm, du kannst auch draußen noch brennen, da ist massenweise Kohle drin, ne? Wenn du was brennen willst Mhm Da ist massenweise Charcoal drin, ne? Ja Hab ja schon Vor allem nur das Leder eben Achso, ja Wie gesagt Da wäre aber jetzt ist er auch wieder frei erstmal Mhm Da nicht da dran muss Das, 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 das Das kann da wieder rein So Das Erz Jetzt gehen wir mal Coaff Was brauche ich denn noch? Ja gut, ich brauche einen Zombie Kopf Oder einen Allgemeinen Kopf Gut Dann gehen wir mal wieder ins Tinker Reich Mach mal Geht ihr denn noch das Behandling Schwert bauen? Mhm Oh, haben wir obsidieren? Haben wir obsidieren? Ist die obsidieren schon und eingelagert? Äh, ja Okay Ich glaube ich das war Behandling Obsidian oder Piston Obwohl ich glaube, ne Piston ist Knock-Up Ah, mein Kopf, ey, kannst du nicht einfach denken Was richtig ist davon? Piston ist Knock-Up, ja Mhm Obsidian, das glaube ich wie Handling Äh, döp, döp, döp Ich weiß gar nicht, wo ihr die Bücher habt dafür Können wir mal schauen, wo sie sind Ne, in dem lag aber glaube ich noch nicht Na Ist die obsidieren schon drin in dem Ich muss mal kurz was gucken Ich muss mal kurz was gucken Hmm Mats BigPay Config BigPay upgrade only Results gescheitert Hi Slam Wenn der Big, äh Wenn der Backpack Modell Ist auch ausgeschaltet Also nicht Da sind aber doch keine 90 Slots In dem Big Backpack, oder? Nö Wo ich an den 90 eingestellt Generell Wo ist Obsidian 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 Du mal ganz ins Zeck mal mit Ähm Ähm Das wollte ich auch noch machen Gut, dann hat sie ja im Endeffekt die Außentrep eingespart Ist ja egal Ich muss doch kurz auf ihn gehen Left join, left join, left join, left join Schnellerell von LEL Ist ja da mal ist das W blubblb-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh oh oh Ja 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 Oh, kommen wir zum Material dafür? Ist alles ne Frage der Zeit? Ja, für Server ist das generell geändert. Normalerweise haben die echt 90 Slots. Die Big. Komisch. Schön, oder? Ein bisschen komisch finde ich, ne? Aber mein Gott. Muss es ja auch nicht ganz übertreiben, ne? Na cool, die muss halt nur die Kontik dann dafür ändern. Weaponary. Weaponary ist es nicht. Large Blade Sword Touch... Na, ich glaub ich weiß gar nicht, was ich nehme. Smeltui? Äh... One. Create a shot of survival to A. Deine Tinker. Wo hab ich denn die ollen Drecksbücher davon? Tinker. Boah, ne Welt generieren dauert ganz schön lange. Weiss ich noch. Ja. Weaponary ist es nicht in WASH. Ja. Weaponary ist es in WASH. Das ist genau das falsche was ich nicht haben will. Dann brauche ich das Modifier. Let's down is speed, das ist klar. Auto Repair. Das wäre glaube ich auch noch interessant Auto Repair zu Not zu nehmen. Mossy's Stones, okay. Luck. Chart is fire. Reforced, ne, boah, wenn ich Knock up die haben. Ohhhh, ekelhaft Enderperlen. Obsidian und Enderperlen, Jackpot. Mal gucken. It's for looting, okay. Doch, das warst du. Nein. Ich brauche ein Paper. Jetzt muss ich gucken ob wir einen Enderperlen haben oder ob es... Puh, Lapis ist im Keller, kein Widerru... Boah. Jetzt kriege ich aber langsam... Hass aufs Lager. Hass. Okay. Zehnmal unten latschen. Wenn ich jetzt Lapis brauche und... Ich weiß wieder nicht in welchem Stockweg das ist. Ne bisschen. Im zweiten, von unten. Wir hoffen, dass es das Richtige ist. Scheint so. Whitstone, Block Coal, Lapis. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wieder einsortieren. Den Rest nehme ich erstmal mit. Ich weiß wieder nicht. Teilten. Keinen Rutos cleared haben. Kost mal um Bautz support gehen. Überall rumtesten. Na, hatte ich ja schon. Da läuft das ja. Dann tun 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 haben wir Material. Verbraucht eigentlich ständig dann? ja ja ständig aber ich glaube nicht so viel also es ist ganz human ja ich weiß nicht ob das je nachdem wenn man das zugreift dass sich verändert das ist noch mal wieder das wird auch zu kaufen auf screen muss er halt die komplette decke dann den du mir gemacht hast was das sollte das für ein rucksack sein der normale beutel der term ersatz anscheinend ja ja okay die alten die ich habe die haben doppelt so viel slot habe ich total gerade ob sie denn geklatscht den so ist jetzt ein bisschen rum experimentieren ja auch hast du recht kann ich auch wasser und weizen nehmen dann ja was bei mir so plenty mos naja das ist aber dann scheiße ich nehme weizen cobblestone und wasser komisch so vom micro weg gerade gegangen ja okay das klingt so dumpf ach so ruhig ach falsch ich nehme wasser ein oder ein eimer allgemein anders ansehen ich habe noch drei stück ja das ding hat nämlich nur welches ist welche weil der eine hat 27 und der andere hat 54 da haben wir uns mal die kleinen kurz an zwei vier sechs acht neun neun achtzehn sieben ja das ist kacke dass wir unterschiedlich große haben mal hat er mit klein gemacht jetzt oder so bisschen verwirrend gewesen also mal hat er 90 neun achtzehn sieben und der kleine von 40 haben wir das nicht geändert gehabt sogar gar nichts ändert also ich weiß von nichts so jemals was da geändert haben ja kurzen cut dass ich die konfig aufziehen kann mit der ordentlichen wieder das eben noch fertig weil das ist scheiße sonst wir wollen ja dass das beides gleich ist und nicht das so und das so ist ja richtig wo kam denn der küber jetzt hier muss man mal wieder so mein weg können wir jetzt im cut schieben was so dann würde ich sagen wird gleich tschüss